und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von like a dragon gaiden wir sind in kapitel 3 angekommen schauen wir mal was uns erwarten wird kiriu kazu ma これから処刑を執行する gd 高っだろうなぁ 殺すならさっさとこの設定 data 0 花音とくに連れていけ a a あれから 何にしたっ omae ガッツルのを逃がしてからってことなら3日だ 4月が助けに来てくれるとでも思ったけど 残念だったな 大きなあの 子供たちは omae がそれ知ってどうなる と言いたいとこだが 武士の情けだ 何も手を出してない あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる 今日 本当にお前が死んだとこでそれは変わんねえだろう 1 を生きる ん ん ん ん ん ん Das war's für heute. Aber heute war es ein bisschen zu schlafen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich nicht zu verletzen habe. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich nicht zu verletzen habe. Ich habe mich nicht zu verletzen. Ich bin der Kiel, Kiyu. Ich bin der Kiel. Das war's für heute. Ich kann es nicht glauben. Der Ruhige der Ruhige. Der Kiliu-Kazuma hat, der Kiliu-Kazuma hat. Der Kiliu-Kazuma hat sich selbst verletzt. Ja. Das war's für mich. Wenn du ein wenig Geld hast, dann kannst du ein wenig Geld machen. Wenn du mit dem anderen Bewegstern wirst, dann bist du auch der Angelegenheit. Das war's für heute. Ich habe das Gefühl, dass ich dich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Und wie lange ich heute noch so fühle, was ich? Hanna... Ich habe das Gefühl, dass ich heute leben und das ich jetzt hier habe, dass ich ihn verletzte. Ich habe das auch nicht nur dieses Mal. Ich bin von ihm. Ich bin von ihm ... ... und ich bin von ihm. Ich bin von ihm. Ist doch gut? ... ... ... ... ... ... ... Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich habe keine Ahnung, das ist nicht möglich. Aber ich bin nicht möglich. Ich werde mich nicht tun. Ich werde dich zu tun. Ich habe das gemacht. Hey! Das war's für heute. 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 So, was haben wir denn? Das war's für heute. 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 Yo, der macht's für heute. Yo, der macht's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. 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 Der hatte einfach ihn Willkommen abgelehnt. The canon ist der € sweaters... ... wenn er meint. Hm. Soja. Sie hat also schein keine Ahnung was abging. Okay ein Auftrag, es hat sich eine Menge angesammelt, okay. Ein bisschen Bargeld Natasche könnte nicht schaden, das stimmt allerdings. Wo ich gerade die Preise gesehen habe, kann ich die wirklich ganz gut gebrauchen. Je höher dein Rang, desto mehr kannst du kämpfen und auf exklusive Bereiche zugreifen. Sehr gut. Ah, da ist nochmal ein bisschen Cash reingekommen, sehr schön. Gibt es hier irgendwas was ich brauchen kann? Warum uns die Maske war 5000, aber ein bisschen viel. Was gibt es für Investitionen? Du nötigst 5% weniger Akama-Punkte, um deine Fähigkeit zu verstärken. Machen wir das. Mehr Akama-Punkte. Und das können wir auch machen. Ist sozusagen beides Win-Win für uns. So, dann lass uns zur Burg. Dann kämpfen wir mal ein bisschen. Und schau mal. Alles klar. So. Scheinbar gibt es hier auch Aufträge, wie es aussieht. Warum sei denn die gute Dame hier? Achso, ne, das ist gar nicht die. Was ist der hier? Komm einfach mit einem Strohhut, einem T-Shirt und Stroh-Sandalen her und mach ein Foto. Ich war... Okay. Aber nee, danke. Hä, was macht sie denn da drinnen? Ist das ihr Job, da die ganze Zeit drinnen zu schwimmen oder was? Ha. Hätte ich ja nicht so Bock drauf. Was, wenn die Luft ausgeht? Hehe. Gut. Ja. So, da wir hier hoch können. Müssen wir den Fahrstuhl nicht verwenden. Ach, da drüben. Okay, das teilt sich halt, wie ich schon geahnt habe, wirklich auf. Aber hier haben wir einen schönen Ausblick auf den Ring. Was macht er denn da? Mysteriöser Mann. Oh. Hey du, alles in Ordnung. Er hat eine Fahne und muss betrunken sein. Ich würde mich gerne bei dir revanchieren. Oh. Blub, 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 blub. Ah. Er ist anscheinend ein ziemlich berühmter Kampfkunstlehrer. Wo? Äh. Hm. Ah. Zu viele haben sich ausgelaugt. Dann hat er eine Frau geschossen. Okay. Hier. Ist halt ein Alkoholiker scheinbar. Äh. Hm. Ich will. Ja, blub, blub. Wieder in Form zu kommen. Hm. Ich glaube, der wird sich unserem Team anschließen. Also denke ich jetzt mal. Aber du bekommst einen Rabatt. Das sind wir uns zwar nicht. Okay, doch nicht. Ich denke mal, wir können gegen den trainieren oder so. Äh. Oh. Wir müssen das jetzt glaube ich sogar machen, ne? Ach ne, doch nicht. Okay. Ah. Das ist ein Trainer für unsere Kämpfer. Okay, das brauchen wir jetzt aber noch nicht. Da ist aber. Was ist es bei ihr? Irgendwann eine Teamkämpfe. Also ohne Freunde wird es hier schwer. Aber da komme ich ins Spiel. Ich habe viel Kontakt. Ich kann nicht. Okay. Also was sagst du? Brauchst du Freunde? Versuch's, dann suche ich dir welche. Nee. Lass mal stecken. Danke. Lass mal stecken. Koliseum Lobby. Der will uns jetzt nicht durchlassen oder was? Du siehst kräftig aus. Kämpfst du im Koliseum? Ja, super. Mein Unternehmen stellt Geräte zur Selbstverteidigung her. Ich suche einen Kämpfer, der unser neues Produkt herstet. Was für ein Produkt? Oh. Ein wunderschöner Schlagschocker mit deinem Elektroschocker. Denk nur an die Werbung für uns, wenn es sich im Koliseum bewährt. Also was sagst du? Willst du ihn ausprobieren? Klingt nützlich. Klar, ich probiere ihn mal aus. Das höre ich gerne. Jetzt zur Kleingedruckten. Unser Produkt kann noch so gut sein. Niemand wird sich daran erinnern, wenn es nicht ein erfahrener Kämpfer einsetzt. Zuerst musst du also alle Matches gewinnen, die ein Kämpfer vom Bronzen Rang zugänglich sind. Danach sponsore ich einen Kampf, in dem du das neue Produkt verwendest. Deine Belohnung ist dann das Preisgeld für den Kampf. Und das war es schon. Hä, okay. Ähm. Okay, wir müssen uns jetzt anscheinend doch wieder hocharbeiten. Und jetzt sind wir Bronze oder was? Oder Unterbronze? Also so ganz, check ich es nicht ganz. Achso, diese Kämpfe hier an sich. Verstehe. Ähm. Ich mach jetzt mal Turnier, oder? Wir fangen erst mal hier an. Ja. Wir kämpfen mit uns selber. Gegen Hammerkopf. Nee, der Mann, der seinen Namen auslöscht. Mal noch schlecht übersetzt. Ey. Ey, was ist denn jetzt los? Auf einmal ist er so gut. Bumpel. Also ich würde gerne mal den Kampf wenigstens hier schaffen, ohne Leben aufzufüllen. Ja, das haben wir sogar geschafft, tatsächlich. Einer der wenigen Kämpfe, den wir tatsächlich sogar ohne... ...ehm, boost da geschafft haben. War das jetzt nur ein Kampf? Oh, what? Tatsächlich, ja. Ja, komm, einen Kampf... ...einen Kampf können wir noch machen. Ja. Ja. Mal schauen, gegen wen wir diesmal kämpfen. Das ist long way. Feueriger Kampfsportler. Ja. Ja. Allmächtiger. Okay, das hat ihm aber auch anscheinend ein bisschen geschadet, oder... ...es war einfach ne Zeitgleich. Oh. Obwohl wir unsere Stärke geboostet haben, hat's noch nicht gereicht. So gehört sich das. So gehört sich das. Jawoll-o. So, wie viele Kämpfe gibt's denn hier eigentlich? Okay. Also müssen wir noch vier Stück machen. Dazu müssen wir aber erstmal die anderen drei hier abschließen. Ah, okay. Wir hätten in 45... ...also in unter 45 Sekunden den fertig machen sollen, dann hätten wir... ...äh... ...Rang S bekommen. Aber okay. Ich würde sagen, wie es weitergeht, oder die nächsten Kämpfe, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. In diesem Sinne würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Und würde sagen, schaltet unbedingt in der nächsten Folge ein. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Und... ...tschau. ... ... ...